Ich stehe mal wieder auf der obersten Burgmauer, auf Bramberg und sehe nach Westen, sehe wie das Jahr verschwindet. Wenn du hier stehst, lange und still, dann spürst du die Erde drehen, dann wird dir klar, wie sich der Ball bewegt und wie er zur Sonne steht. Und so schaue ich dem vergangenen 2021 hinterher, wie es in der Abenddämmerung versinkt. Und es wird Nacht werden. Natürlich wird es Nacht werden, noch wohlbeschienen vom Sonnenuntergang, wird es dort hinten Nacht werden, überm Land. Es sieht in der Kamera viel heller aus, als es ist, die Sonne noch ein bisschen ins Bild scheint, doch da hinten wird dunkel sein. Aber weißt du, nach jeder Nacht kommt ein Tag, weil sich unsere Mutter Erde dreht, sodass jeder von uns sein Quäntchen Licht und Sonne bekommt. Und so wird ein neues Jahr aufziehen und wir werden sehen, was wir damit anfangen können. Wir werden sehen.